Servus Leute, willkommen zurück zu der Dr. Wily Show. Äh, ich meine natürlich Megaman 9. Wir stürzen uns jetzt in den Kampf gegen Dr. Wily. Ach du wieder mit deinem UFO, ja, du legst 10 Jahre lang denselben Auftritt hin und ja, wieder mit deinen Augendraumkünsten, du hättest gleich zum Zirkus gehen sollen. Da werden solche Künstler wie du auch hochgeehrt. Ne, ich hab nichts will zur Zirkus, Leute. Und er hat sich wieder mal ein neues Schloss aufgebaut, irgendwo in der Einhüde. Wie er das wohl finanziert. Geile Musik. Und natürlich wissen wir, ah, jetzt aufpassen mit unserer Waffenenergie, weil die sich jetzt nicht mehr automatisch auflädt, sondern... Äh, ne, ne, ne. Grandioser Start, Wolf, muss ich schon sagen. Aber wir haben zum Glück mehr als genug Leben. Die werde ich jetzt alle in dieser Schlucht verbrauchen. Mit nur zwei Schrauben, ja. Wie viele Leitings haben wir eigentlich? Drei. Hm. Drei, drei. Gehen sich drei aus für alle Wily Stages? Ich weiß ja nicht. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, nein. Da ich hier keinen Gegner kenne und ich wette, es kommen wieder so Yellow Devils oder so. Äh, du hast ein Schild, äh, 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 wo, wo, da? Dein Schild kannst du sonst wo hinstetten, Junge. Yes! Rush! Don't rush! Don't rush! Don't rush! Don't rush! Äh, nicht da unten. Moment. Was? Äh... Wow! Okay, warum habe ich das gemacht? Das war eigentlich dumm, obwohl, nein, war cool. Da muss man die Tornado verwenden und, oh, ich sehe es. Ja, wenn man da keine Energie mehr hat für später, dann kann man auch kein Tornado mehr einsetzen. Das heißt, ich hebe ihn mir jetzt mal auf. Rush Jet. Oh, 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 in die Lücke. Danke. Hm, das könnte jetzt... Oh, cool. Genauso, wie ich es wollte, ey. Ich frage mich, wie viel er hat. Nein, ich trottel, dumm Batz. Komm runter und hier hoch. Äh, äh, wo ist der Tornado? Da ist der Tornado. Also, ja, ich weiß, es ist nur ein kleiner Funken, aber jeder Funken für den Tornado ist wichtig, falls ich in dieser Stage verrecken sollte. Nein! Oh, schnell weg hier. Weil ich weiß nicht, was hier noch auf mich zukommt. Was war das? Oh, hinterher kommen sie Blitze. Geil. Und was jetzt? Nein! Nicht du schon wieder. Ah, ja. Spuck mir ins Gesicht. Laser Trident wird dir schon zeigen, wo der Hammer hängt. Au. Diese Flammen sehen aus wie aus Super Mario. Ich weiß allerdings nicht, aus welchen... Ich glaube, Super Mario Brothers 2, dieses Doki-Doki-Panik-Verschnitt. Yes! Spyro geht in die Knie. Spyro vs. Mega Man. Komm ich denn da hoch? Äh, Moment. Los, Biene! Thank you very much. Oh, ich liebe Harnissen. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also, in real life Harnissen. Yeah! Rush! Oder? Ne, Moment. Ich habe gesehen, dass der Zement... ...kont... ...Black Hole Bomb... Ja, es funktioniert auf jeden Fall. Und diese Dinger sind doch Instant Death, wie ich gedacht habe. Aber ich habe es gesehen bei Galaxy Man, so im Augenwinkel, dass das... ...dass der Concreted Shoot... ...Dinge einzeln editieren kann. Habe ich ja auch selber gesagt, glaube ich. Und das machen wir jetzt mit diesem Laser. Nice. Ah! Ne! Ne, das... ...das war dumm von mir. Okay, jetzt lasse ich mir die Zeit. Ne! Nein! Fuck! Fuck! Da muss ich woanders hinkommen. Moment, da oben waren mehrere Leitern. Auf welche soll ich ihn rauflatschen? Und ich wette, diese Teile sind nur da, um Energiespender zu sein. Für zum Beispiel den Konkrete. Werde ich sowieso gleich einsetzen müssen. Die Energiespender. So. Denn ich habe nur noch ein paar Schüsse. Ne! Okay, schieß mal. Scheiße, man! Okay. So. Nein, ich habe keinen Schuss. Falls man es gehört hat, ich habe mir gegen die Stirn geklopft, weil ich schon an der Leiter war und aus Reflex wieder losgelassen habe. Super Reflex hast du, Wolf. Ey, ich bin stolz auf dich. So, jetzt muss ich hier leider ein bisschen farmen. Ja, da haben wir schon einen. Nicht für den Coil. Komm schon, große Energie. Ja, kleine geht auch. Sorry Leute, dass es jetzt etwas länger dauern wird, aber ich muss meinen Zement aufladen. Ja! Einmal das, einmal das. Ne, ne, ne. Und Skillshot voll daneben. Schrauben will ich nicht. Ich will Waffenenergie. Ja! Genau das. Mua! Danke. Und hier haben wir noch mehr. Man kann nie genug davon haben. Moment, den brauche ich jetzt sowieso also. Mh! Ich glaube nicht, dass ich da mit Rush hoffliegen kann. Lieber. Warum warte ich nicht? Boah. Bin ich dumm. Ich hätte warten können. Ja, ich weiß. Boah. Manchmal bin ich echt ungeduldig. Größtenteils geduldig, aber dieses Mal eben nicht. Der Onkel Wolf kann auch nicht immer geduldig sein. Nicht wahr, Leute? Naja. Macht ja nichts. Auch ein Onkel Wolf ist ein Mensch. Auch ein Onkel... Ne, auch ein Onkel Wolf macht Fehler. Jetzt fast. Oder jetzt. Ich weiß nicht, diese Stelle ist so einfach und wir stellen mich hier so dumm an. Mal ganz im Ernst. Boah, stelle ich mich hier echt zum Kotzen an. Boah, 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 boah. Energie? Energy! Ja, ist alles wieder voll. Und die Schrauben? Ja, gut. Vorhin hatte ich zwei Supi-Vogel... Äh, Eule, meine ich. Mann, dieses Halskitzel, das will nicht weggehen. Das ist so ein grauenhaftiges Gefühl. Trident. La, la, la. Ne? Oh, gut. Ich wollte eigentlich gar nicht auf Megabuzz direkt sein, aber egal. Wo ist der Blow? Planet Blow. Komm her. Ja, ja, ja. Lieber etwas vorsichtiger hier durchgehen. Was war denn das? Ich hoffe, ich kann mir mit dem Rush-Chat jetzt wieder so gut durch... So, Rush. Und sei brav, Rush. Danke. Guter Rush. Und da? Ja, perfekter Rush. Keine Ahnung, warum sich so viele Leute über ihn aufregen. Die können ihn nur nicht handhaben. Das ist alles. Die Leute sind zu tun, Rush richtig zu behandeln. Weil sie ja alle über Hunde fluchen. Dabei sind Hunde viel besser als Katzen. Sind sie auch, weil sie treue, liebenswerte Freunde sind. Katzen sind egoistisch. Mit ihrem eigenen Willen. Ja, das ist jetzt nicht, weil ich ein Katzenfeind bin oder so. Nein. Ganz im Gegenteil. Ich mag Katzen. Wir haben ja selber zwei. Aber es ist nun mal so. Katzen sind nun mal eigensinnig und egoistisch. Und Hunde sind treu. Aber auch, ja. Ja, wow. Ich wollte gerade sagen, wie bin ich da ausgewicht. Aber dann landet ich schon wieder in der Flamme drin. Und mach so eine Gülle. Komm her. Ja, wie viel hältst du noch aus? Nein. Oh Mann. Nein, ich hab nicht... Wow, gut. Ich wollte sagen, ich hab nicht aufgepasst. Jetzt kommen wieder meine Lieblingsbienchen. Komm her. Kannst du den gleich angreifen? Nee. Wow, das war knapp. Nein, ich hab versehentlich geschossen. Ich wollte das hier. So, nochmal das Ganze. Konkret, man. What's that? Moment. Dem bestimmt was nicht. Ich warte jetzt lieber. So. Leck. Oh, jetzt geht's wieder. E-Tank. Ach, egal. Scheißegal, mein Gott. Das geht auch einfacher, oder? Äh, ja. Das hatte ich zwar nicht geplant, aber egal. Hier muss man Rushjet einsetzen. Sonst ist man tot. Und ich hab Rush verbraucht. Okay, runter, runter, runter. Noch zwei Bugspons.